So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Abenteuer in den Forgotten Realms Foil Promopack. Gucken wir uns das Foil Promopack an. Weil das letzte Mal haben wir ja so ein Promopack aufgemacht und wir haben festgestellt, da war gar keine Promokarte drin. Also diese festen Karten in der Mitte. Und ach komm schon, das ist natürlich jetzt der Nachteil, dass das wirklich richtige Booster geworden sind. Das habe ich mittlerweile auch schon bei anderen Editionen gehabt. Aber gut. Ja, es verwundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich finde es ein bisschen strange, dass da sowas falsch war. Aber gucken wir uns das an. Diesmal haben wir es andersrum. Wir haben Kugel der Drachen in Foil. Zwei-Manner-Artefakt. Ein-Manner-Tappen für eine zwei-Manner-Farbkombination, die wir nur für Drachen benutzen können. Oder für das Freuling ist nicht so schön. Ein rotes Mana-Tappen. Opfern würde ich suchen diese obersten sieben Karten unserer Bibliothek nach einer Drachenkarte. Nehmen eine davon auf die Hand und legen den Rest unter unser Deck. Ja, Dungeon-Dranks-Karten. Ihr wisst, wie ich zu Dungeon-Dranks stehe. Schlechtes Sinn. Ja, noch tragbares Loch. Hier ist zum Beispiel so eine. Die meinte ich, die fehlt in dem anderen Booster. What the fuck? Ein weißes Mana-Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, checken wir eine bleibende Karte mit Mana-Betrag von zwei oder weniger, die kein Land ist. Und ein Gegner kontrolliert ins Exil. So lange bis das tragbare Loch das Spiel verletzt. Ich mag das. Ich habe das schon ein bisschen im Legacy auch gespielt. Sehr, sehr coole Karte damals gewesen. Ja, Promopack. Ist aus der Edition. Promopack. Und wir haben einen Grünwächter aus Murasa. Ja. Der ist aus Battle for Seneca. Krass, das ist alt. 6 Mana, 5-4. Wenn der ins Spielfeld kommt, können wir eine Karte aus einem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wenn er stirbt, können wir jetzt 6 Shield schicken. Falls wir das machen, können wir noch eine Karte aus dem Friedhof auf die Hand bringen. Oh, nicht schlecht. In Vorheir. Nice. Wie immer. Nur drei Booster. Drei Karten im Booster. Und ja, hier ist dann einer dabei. Ich habe noch ein normales Promopack. Das machen wir beim nächsten Mal auf. Spoiler, Spoiler. Und mal gucken. Vielleicht habe ich da einfach nur ein komisches erwischt, wo eben diese mittlere Karte nicht drin war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich will euch sehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.